Ein kleines Licht am ersten Advent brennt einsam zuerst auf dem Kranz. Es entsteht der ganz besondere Moment, der leuchtet dein innerstes Ganz. Im Rahmen unserer Leitlinien sehen wir uns als aktiver Partner, sowohl in sozialen als auch in karitativen Bereichen. Die Gemeinschaft spielt für uns nicht nur in der Adventszeit, sondern im ganzen Jahr eine Rolle. Auch ich vertrete das, indem ich nicht nur ein Mitglied in der Damenmannschaft bin und selbst aktiv Fußball spiele, sondern auch noch den Fußballfans im Trainingkurs leite. Gerade hier wird nochmal deutlich, welche Rolle die Gemeinschaft, der Zusammenhalt hat und dass man einfach gemeinsam viel mehr erreichen kann, als wenn man alleine steht. Und ich glaube genau das ist das, was wir auch jeden Tag vertreten wollen und sollten und was uns jetzt gerade um die Adventszeit nochmal deutlicher wird. Eine starke Gemeinschaft ist das, was uns zusammenhält. Ich wünsche euch einen frohen ersten Advent. Das ist das, was Menschen, die Fotos zu patrimonieren. 그